Die R8, Professional Success, der geradezu Repetierer aus dem Hause Blaser. Der Verschluss geht extrem leicht und geschmeidig und verriegelt mittels eines Radialbundverschlusses. Die R8 ist ein Handspanner und bleibt beim Repetiervorgang gespannt, solange bis man sie nach dem Schießen wieder entspannt. Wenn der Spannschieber nach vorne gedrückt wird, wird eine rote Markierung sichtbar, die den gespannten Zustand der Waffe anzeigt. Abzug und Magazin bilden eine Einheit und sind herausnehmbar. Das Magazin kann sowohl im herausgenommenen Zustand als auch von oben durch die Waffe beladen werden. Im Vergleich zur R8 Professional hat die R8 Professional Success einen Lochschaft. Blaser bietet die R8 in drei Laufvariationen an. 17, 19 und 22 mm. Das sind der Standard-Semi-Weight- und Jagdmatchlauf. Diese R8 ist ausgestattet mit dem Jagdmatchlauf. Blaser bietet mit der eigenen Sattelmontage eine ideale Aufnahme für Ziffernrohre an. Neben einer Vielzahl von möglichen Konfigurationen bei den Schäften in Holz, Carbon oder Kunststoff, bietet Blaser auch eine große Auswahl an verschiedenen Kalibern an. Als Berufsjäger ist es mir sehr wichtig, dass eine Waffe immer verlässlich funktioniert und hochpräzise schießt. Ich nutze die Blaser R8 hier in Namibia auf der Jagd und auch auf der Schießbahn, weil sie mich noch nie im Stich gelassen hat. Sie funktioniert immer und ist, was für mich das absolut Wichtigste ist, extrem präzise. Wir hier in Namibia nutzen die Blaser R8 unheimlich gerne, weil sie einfach immer verlässlich funktioniert und das Allerwichtigste ist, dass sie die Blaser-typische Präzision hält. Das Allerwichtigste ist, dass sie die Blaser-typische Präzision hält.